Herzlich Willkommen, liebe Internetfreunde, hier alle zum 12. Hardcore-Event. Wir wollen auf der Plattform von 7 Days to Die ein Walking Dead-Feeling machen. Ich habe dieses Spiel von links nach rechts gedreht, es ist nicht so, wie es in der Vanilla ist. Es wird scary, es wird gruselig, es wird richtig hart, es wird ein hoher Puls werden. Im Spiel selber ist PvP und PvE erlaubt. Dieses Turnier ist so, wer stirbt, ist raus. Und das Event endet am Tag nach der Horde 1. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Ayo ist direkt auf meiner Position gespawnt. Ja, ich glaube, ich habe schon einen Kumpel. Soll ich Ayo direkt umbringen? Wenn das jetzt die Gelegenheit ist, werdet ihr ihn so überraschen, oder? Ich verspreche dir, Horenheim, dass ich kein Predator bin. Wenn du möchtest, können wir gerne zusammen gehen, ich kann mich aber auch gerne entfernen, wie du möchtest. Ich bin mit Odin hier, ich werde sterben. Ernsthaft, noch jemand an mir gefunden? Echt jetzt? Ja, das ist ja schön. Geil, gleich zwei Leute gefunden. Und gleich Mac und Bräuwulf, das ist super. Äh, das ist top, das freut mich. Ich habe mich so auf den Tag gefunden, was ist denn jetzt? Luke ist da. Okay. Okay. Hallo, mein lieber Bell. Ja, hallo, ich würde sagen, ist irgendwie klar, ne? Was wir jetzt machen, oder nicht? Oder wie seht ihr das? Oder wollen wir uns aus Marlhorn, ne? Es wird gar kein Tag eingeblendet. Ich glaube, das haben wir vor Aufregung noch gar nicht gemerkt. Aber man sieht die Tageszeiten nicht, ne? Also keine Tagesentrennung und Zeit. Stimmt, jetzt, was du sagst, so eine Scheiße. Äh, welcher Tag und wie spät es ist? Ja, das haben sie ausgestellt. Ich wollte sagen, es kann sein, dass die Anzeige fehlt, ne? Wie spät es ist. Es ist Samstag, 18.30 Uhr. Es ist Samstag, 18.30 Uhr. Einmal DS jetzt verlassen und dann beginnt es, wer jetzt stirbt, ist raus. Ja, ich begrüße euch auf jeden Fall erstmal herzlich willkommen beim Astrak Hardcore Event. Und ich glaube, ich bin jetzt um ein paar Jahre gealtert. Vergesst bitte nicht, Snowcat anzunehmen, ne? Hallo, hallo. Hallo. Ja. Captain Caracho. Ja. So, ab jetzt umdrehen. Immer wieder umdrehen. Da ist ein, da ist ein, da ist ein, da ist ein Zombie auf dem Forgehaus da. Und das habe ich wohl leider mitbekommen. Da sind mehrere auf dem Dach. Ja, da sind mehrere. Ja, wie ihr seht, wir sind gerade hier mit einer Gruppe beschäftigt. Versuchen hier irgendwie Land, äh, ein Bein aufs Land zu kriegen. Geierei. Fuck. Achtung, Geier über euch. Der kommt runter. Aufpassen. Wer hat denn hier jetzt schon den Kriter? Oh, oh. Okay, die, äh, Dings sind weg. Sie kommen jetzt zum, äh, äh, sie kommen jetzt zum, äh, sie kommen jetzt zum, äh, jetzt erstmal nicht hoch. Wir müssen die Screamerin wegholen. Ja. Oh nein, wir sind verlegen. Er ist rausgegangen. Die Nacht wird wirklich lustig, alter, leck mich. Da ist er. Ja. Er ist hochgekommen. Ja, für alle Neuanköpplinge herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Äh, Deko und ich sind, äh, im Haus gefangen. Fuck. Ich hab's Bein gebrochen. Und runter. Runter. Runter an. Das war's. Das war's. Das war's. Ich hab mir's Bein gebrochen. Ich mach nochmal ein Lagerfeuer. Ich mach nochmal ein Lagerfeuer. Ich hab dich jetzt aber nicht getroffen, oder? Ich hoffe. Nein. Ist nicht wahr. Nein. Nein. Das war's. Es war doch eine Wand festgemacht. Wie konnte das passieren? Das war's. 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 Ich komm wieder Russell. Ich komm wieder Worte. Das ist Worte. Das geht auch nicht. Dann sind wir tot. Vor allem. Du weißt jetzt auch nie, wann es vorbei ist. Du hast keine Ahnung. Du hast keine Zeit. Das klickert mich komplett. Die ganze Zeit so gehetzt zu werden. Und rumlaufen zu müssen. Und nicht stehen bleiben zu können. Das mag ich so absolut nicht. Ich kann ja noch nicht mal looten. Ja, wir müssen zurück. Es ist mir heiß und es ist auch 19 Uhr. Ich weiß nicht, welcher Tag es ist. Wenn man Christ sagt, Tag 6. Max, welcher Tag ist heute? Weißt du das? Ach ja, jetzt ist mir kalt. Jetzt muss ich verorschen. Gott, wie viele sterben denn hier? Das ist auch noch ein Zombie. Es ist doof, dass man beim Erdeklatschen nicht so den Überblick hat, was um einen herum passiert. Dann musst du mal aufhören und gucken. Gut, dann macht eure Anfangsaufgaben, dass wir die Punkte kriegen zum Skillen und passt auf die Umgebung auf. Ich hätte vielleicht vorher noch ein bisschen üben sollen, Serendee. Ich habe schon ewig kein Seven Days mehr gespielt. Ich brauche noch ein paar Steine, oder? So, danke. Ja, voll eine Unverschämtheit, dass beim Hardcore-Event so schnell die Zungen hier rumlaufen und einen hetzen. Ne, ich habe total Angst. Ich habe nur die Schritte von denen gehört, sonst nix. Achtung vor hinten. Hinter dir, Vorsicht, Brott von Brosell. Wir kriegen drei statt einen Pfeil, wenn ich eine Feder, wenn ich das Ding crafte. Deswegen auch zwei Spikes. Hier ist ein bisschen ruhiger geworden, sind wir wieder alle zusammen. Ne, Zombies kommen, Zombies kommen. Da hinten ist ein riesiges Wildschwein. Vor mir ist das gerade Nase drehen. Steckt ihr euch hoch? Ich beschäftige noch ein bisschen. Also, aus der Kirche unten sind noch zwei Touristen. Das ist mein Rettung. Nein, ich sterb gleich. Nein. Es, es, es. Oh nein, es gibt eine Vergiftung. Aber besser als den Tod. Das war's. Und das war's. Damit bin ich gestorben. Juhu. Gott, mein zweites Mitglied ist tot. Äh. Von Brosell. Das heißt, das war's mit Ich-habe-Gesellschaft, ähm. Ja, wir kriegen das auch jetzt so hin. Ich glaube, der Trick ist tatsächlich, diesmal in Bewegung bleiben. Hasen in Seven Days muss man töten, weil Hasen sind lebensgefährlich. Das sind richtige Killer. Da drüben an der Hauswand rennt ein sehr schnelles Kaninchen, zwei Stück. Ich würde aufpassen. Ich weiß nicht, was mit denen ist, aber die versuchen, in das Haus reinzukommen. Gott sei Dank ist das kein Zombie. Äh, können, können. Ach, wir haben Essen. Ich hab ne scheiß Foodpulse, die 40 Minuten lang geht. Und ne Hasen vor der Tür, wo ich nicht weiß, ob der mir in den Kopf schießt. Naja, könnte alles Mögliche eingestellt haben. Er hat uns ja gesagt, er hat alles Mögliche eingestellt. Deswegen, ich werd auch gar kein Tier angreifen. Wer weiß, ob nicht der Hase dann sich umdreht und mich frisst. Eins, zwei, Schuss. Riech. Sehr schön. Hat jemand schon ein Messer? Okay. Ja, essen. Du mich auch mit essen. Ich werd kein einziges Tier hier töten. Das kannst du knicken. Oh, Schweinchen. Geh, tschüss. Ich glaub, das Schweinchen lassen wir lieber in Ruhe. Ich werd auch keine Reh angreifen. Echt nicht. Ich hab Schuss vor den Tieren. Keine Ahnung. Ich denk die Zombie-Sache. Was macht der mit dem Tier? Ist der unkaputtbar oder was? Ist ein unzerstörbarer Hirsch oder was? Ja, bist der Hirsch. Aggressiver Hirsch. Ach du Scheiße, ich hab ne Riesensau. Hier läuft ne Riesensau. So ne grüne Mutanten-Riesensau rum. Ich würd aufpassen. Haltet euch fern davon. Hier müssen die Sau irgendwie loswerden. Von hier drin könnte ich die Sau sogar anschließen. Die kommt noch nicht durch. Ich hab's nicht mitbekommen. Ich bin mitten im Interview. Was ist mit der Sau? Oh, Scheiße. Sag mir doch, dass die Sau da unten ist. Ähm, Trini doch. Ich vertraue ihm Rapides. Ähm, kenne dich noch nicht als Spirit-Tail-Ärz und eben hoch und heilig versprochen. Ansonsten gibt's Krieg. Und, ähm, du kannst nicht alleine. Äh, wir gehen uns aus und ich weiß es nicht. Äh, Zombie neben dir. Pass auf. Da kommt ein Zombie auf dich zu. Wer auch immer das ist genau. Der da hackt. Hau ab, der hau ab. Puh, oh, das war knapp. Den hab ich nicht gehört. Äh, Sonnenabfarm. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Zombie. Dass die viel buddeln. Vorsicht hinter dir, Bräubolf. Hinter dir. Ganz viele Zombies. Oh. Oh, jemand schießt. Bräubolf died. Was ist denn? Er ist gestorben. Im Haus ist auch schon wieder eine. Die müssen wir mit weglocken hier. Das sind zu viele. Einfach weiter weg. Alle loot oder was? Oh, WTF. Ich raste aus. Oha, die schlagen sich hier hoch. Also es ist Totenkopf mit Messer und Gabel. Und, äh, ja, ich verliere jetzt schon Leben. Ich verliere Leben. Ich hab eben in der Zeit, wo wir reden, eine, 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 eine HP verloren. Dann weiter zum Tier, oder was hast du vor? Ist dein Leben, sag du. Ich hab mit meiner Ausdauer echt ein Problem. Die kommen gar nicht mehr zurück. Irgendwo. Ich bin runter auf 40% oder so. Das ist echt übel. Also ich kann nicht mehr weglaufen, richtig. Wow. Wow, die machen viel Schaden. Echt, yes. Das war knapp. wir müssen hier von der, wir müssen, Vorsichtig. Ich war mir nur gerade nicht sicher, ob dein Geräusch bedeutet, das ist ein Zombie auf dem Dach oder ist es nur ein Loch in der Bude? Du warst mit einem Fuß im Loch drin, deshalb, äh. Ach shit, sie kommen. Wir müssen runter. Runter, 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 runter vom Dach. Runter vom Dach. Jo. CPU war 12%. Ja, das ist das Spiel, das ist nicht euer Server. Ich bin tot. Und alles ist schlecht. Ich wusste es. Oh, ich raste aus. Wolf, vor dich, Wolf, kommt zurück, da kommt eine Horde. Da ist hinter mir wohl was explodiert. Ich werde gleich tot sein. Lauf, komm, komm, zurück, ich werde den Rücken frei. Nein! Das war's. Ja. Und dann irgendwas zu verstärken. Boah, scheiße. Ich kann mich wechseln. Wo ist das Vieh? Ich hab's nicht geschafft. Natürlich war der Geier mein Tod. Ich mein, im Weglaufen sind wir ja geübt. In In Seven Days. Also, das kann ich ja. Zombie, geh weg! Ich hab Hunger! Mann! Geh woanders spielen, Mensch! Ich hab mein Essen gefunden! Geh weg! Ja, Kochtopf ist gut. Bierkochtopf ist dann ein bisschen zu viel. 19 Uhr. Woran siehst du? 19 Uhr? Nein. Okay. Vom Zwitschern, vom Sound her, ist es 19 Uhr. Krass! Wo bist du denn drauf? Wir müssen das Gebäude suchen. Ja. Wo wir eine Angriffsfläche haben, dass die Zombies überleben haben. Äh, so, äh. Die Zombies sollen also überleben. Was ist mit uns, Max? Ja, und Well ist ja der König am Boden. Ich dachte, der König am Lagerfeuer. Aber Well, dass du immer noch Lagerfeuer auf den Boden setzt, verblüfft mich wirklich. So. Wellcry Gedenkstätte. Da steht's. So. Haben wir das auch geklärt? Diesmal setze ich aber das Lagerfeuer nicht, dass es wieder auf dem Boden sitzt. Oh Gott. Alles gut, ich hab mich erschrocken vorm Händler. Ähm. Ich fühl mich irgendwie so extrem beobachtet. Gefahr, als ich weiß gar nicht wieso, Max. Ich weiß gar nicht wieso, Max. Scheiße, ähm. Ach, hier gibt's ja friendly fire. Verdammt, ich hab wieder was vergessen. Wenn ich das schon wieder sehe, wie ihr euch wild in den Zombies klopft. Ja, irgendwas muss man ja machen in seiner Freizeit, ne? Hier geht's gerade um Leben und Tod, und zwar diesmal wirklich. Gerade im Hardcore, weil es gibt's komische Typen, die anfangen, wild um sich zu schießen, wenn andere Leute mal nichts sagen. so. Boah, Made in Taiwan. Mein Puls ist ausgefallen. Well ist gerade gestorben. Guck an. Well ist tot. Tschüss, Well. Ja? Gleich kommt ein neues Gespräch. Süden, oh Gott. Ja, aber wir kamen doch von da. Das müsstest doch hier aufhören. Well-Try ist gestorben. Was ist da los? Warum? Der Tod durch den Chat stand im Chat eben. So, äh. Wir haben den Server kaputt gemacht. Scheiße. Alter, das war knapp. Das war knapp. Wir kamen doch von da. Das müsstest doch hier aufhören. Wir sind sowas von tot. Ich muss ins TS, ähm. Das ist doch kacke. Okay, warte mal. Äh, ich will Richtung Mexien. Oh Gott. Hi, Freundschaft. Wer ist denn da? Assak hier. Assak hier. Ei, ei, ei. Und das Sterben geht los. Und die Zombies verfolgen uns. Guck mal. Au. Autsch. Ja, Entschuldigung. Das war jetzt auch keine Absicht. Ich wollte die Mine da sprengen. Wie viele Zombies da oben. Geil ja, warte. Alter, sind schnell. Lass uns mal ein Passwort machen für die Türen. Assak ist hier. Hier gehe ich weg. Ja, ich habe nur Lebensmittelvergiftung. Ich weiß. Oh, oh. Oh, 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 oh. Okay. Nein, 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 nein. Sekunde, Sekunde. Ich muss gerade um mein Leben kämpfen. Ja, jetzt muss es gehen. Oh, Scheiße. Die Vergiftung ist jetzt Scheiße. Wir haben Stadium 2. Ich kann den Molli nicht werfen. Jetzt habe ich durch die Eier auch noch eine. Really? Und, klappt es bei dir? Scheinbar. Ah, nein. Was war das? Sie werden etwas lästig, unsere Freunde, die Zombies. Achtung. ich bin gleich tot. Ein Wolf getriggert. Ich habe keine Bandage. Ich habe keine Bandage, Scheiße. Oh, nein, ihr seid nicht. In der Kiste sind zehn Bandagen. Warum lebt ihr nicht? War schön mit dir, Max. Wir leben noch, Max. Wir leben noch. Uh, Adler. Aua. Oh, Gott sei Dank. Alter, die Zombie Bitch. Was ist mit dir los? Die Zombie Bitch. Mach mich heiß. Get out of my store. Ja, darfst du dich nicht holen, wenn er unfreundlich wird. Da ist ein Teddybär. Lass aufs Motel rübergehen. Komm. Komm, 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 komm. Ja. Ja, ein bisschen renovierungsbedürftig, aber bezugsfertig. Oh, Gott. Nein. Wow, da vorne erkommen sie. Die fällen die ersten Bäume, die Zombies. Da sind sie. Wo ist die denn auch gerade? Die Frage ist, auf welcher Höhe? Oh, mein Gott, sind die schnell in den Wendelkloppen. Wie schnell kriegen die bitte eine Steinwand kaputt? Wenn ich jetzt hier runterfalle, dann bin ich mit Sicherheit habe ich dann ein Beinbruch. die zerlegen die Hütte ganz schön, ey. Die zerlegen die Hütte. Sag mal, haben wir noch ein Repair-Kit, Max? Guck mal, die ganze Auswand ist weg. Alter, haben die hier geblütet. Seht ihr das? Lol, irgendwie sieht das so aus, als versuchen die sich schon im Brüsch zu kloppen. Einer und Sample. Alter. Ja, ich sehe es. Lauf erst mal weg. Ich gucke, dass ich runterkomme. Du kannst jetzt auf die Tramps rauchen. Okay. Oh. Oh, oh. 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 Knapp, Odin. Ich schaue mich mal für ihn um, aber es ist nichts zu sehen. Er muss natürlich jetzt seine Aufmerksamkeit auch immer wieder mal nach hinten richten, dass nicht irgendwas gespawnt ist. Sehe ich das jetzt richtig, dass wir Well zuschauen, wie er Asak zuschaut, wie er Odin zuschaut? Wie lange ist das bis zur Horde? Ein ganzer Tag. Doch, das schaffst du alleine gar nicht mit allen ganzen Sachen. Das ist unlautig. Ich gehe eigentlich und es ist unlautig. Da ist ja nicht viel von überfühlen. Oh, tatsächlich, die Schule. Die Tür. Die Leiter. H, er hat es übersehen oder B, es geht nicht anders. Es geht los. Sie haben die Leiter entdeckt und sie kommen. Hä? Ja. Ich mache mal Tron an. Meine Damen und Herren, ich denke, wir kriegen einen Gewinn. Ich würde gerade sagen, es ist keine Rolle da. Richtig. Oder? Es kommt Kass. Es ist keine Rolle da. Es ist keine Rolle da. Er will mich nicht euch denken. Anleitig. Ja. Du hast es geschafft. Es ist egal. Du hast den Tag durchgestanden und ich bitte dich, das Spiel zu verlassen und bei uns ins TS zu kommen. Lass dich feiern, lass dich huldigen. So, ihr Lieben, ihr habt es gehört. Ich danke und ich danke für eure Aufmerksamkeit. Das war das Hardcore Event Nummer 12. Wir haben einen Gewinner. Odin hat es durchgezogen. Er hat es geschafft. Untertitelung des ZDF für funk, es hilft, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!